Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Eion mit Mr. Tonjo und mir. Hallo, ich kann hier was annehmen. Ja, ja, die kann ich abgeben, meinst du. Ja, die kann ich auch abgeben, stimmt. Ich glaube, wir haben jetzt so viele Kästen gemacht, dass wir gleich mal ein paar Level abhören. Also ich habe gleich die, ja, das neue Fertigkeiten. Wo hast du neue Fertigkeiten? Ähm, eine Frage. Ja. Wenn ich aufnehme, ich könnte ja auch rein theoretisch noch alleine leveln, oder? Ja. Oder wäre das ein bisschen blöd, Alter, welchen Vorteil gegen dir über? Es bleibt mir bloß, also nächstes ist eigentlich richtiger. Jo, ich bin Level 9. Ich brauche nichts mehr zu machen. Zauberer Sache. Ich habe eine neue tolle Attacke, die muss ich dir unbedingt zeigen. Jetzt geht es nur noch darum, dass du levelst. Ich habe keine neue Attacke, oder? Doch, habe ich. Kann ich die mal bei dir ausprobieren? Wo bist du überhaupt? Immer nach du. Ich möchte jetzt mal gegen dich kämpfen. Was ist das, was ich gerade mache? Äh, du hast dich gerade hier rüber teleportiert. Warte mal. Warte mal. Ach gut, du hast dich hier angebunden. Also, wenn du dich supportest, dann wirst du hier halt, also. Du bist an dem Ort, äh, hingebottet, wo du angebunden bist. Okay. Mach aber mal ein Duell. Ich schaue deine neuen Fertigkeiten an. Ich schaue meine an. Okay, was geht's? Warte mal kurz. Ich muss ein paar Fertigkeiten schließen. Ich habe neu. Oh. Ich habe. Du bist dead. Du gehst so schnell ein. Ist ja übel. Ja, wir müssen jetzt schauen, dass, was wir dich leveln. Bei nach dem Aufstieg bin ich sowieso Level 10. Also, wir schaffen das heute noch, dass wir Level 10 sind. Okay. Äh, du kannst auch hier die Mission abgeben, ja? Bei der Miu kannst du ja die Mission abgeben. Ja. Und ich kill hier ein paar Teilen noch. Was soll ich, äh, was soll ich antun? Stoffhose oder Lederhose oder Kettenhose? Kette. Du brauchst Kette. Und dann später brauchst du Platte. Und wie viele Balken brauchst du jetzt noch? Wie bitte? Wie viele Balken du brauchst von dem EP? Ähm, Morte. Ich glaube, ich habe diese Mission, also ich, mir fehlt ein bisschen, bis ich level 9 bin. Ja, okay, kommt mit. Dann weiß ich, was wir machen. Warte kurz. Nimm die Mission nicht an. Weil, wenn du level 9 bist, kannst du Aufstieg machen und da kriegst du sowieso ein Level gratis, also. Ja. Ähm, kann ich hier kurz irgendwo was verkaufen? Ja, kann mit. Ja. Weil ich habe ziemlich viel angesammelt. Ja, zu diesem Gewicht waren Händler hier. Verkaufen, drücken. Okay, ich muss bloß kurz gucken. Wegen dem, der dann gerade was kriegt. Weil dann gehen wir mal gleich auf den Boss. Weil da kriegen wir sowieso viel EP, also. Also, die fehlt nur noch so ein bisschen Stück vorm Balken, oder was? Ja. Ja Gott, das kriegen wir hin. Weil die können wir Aufstieg machen, dann kommen wir nach Altgard. Wenn wir nach Altgard sind, dann kriegen wir neue Fertigkeiten. Und, äh, oder ich bin mir gar nicht, nein, ab Level 12 kriegen wir neue Fertigkeiten. Dann kriegen wir neue Rüstungen und weiß, was ich noch. Dann kriegen wir die ganze geile Scheiße hier. Und wann, äh, wann machen wir morgen weiter? Hm, keine Ahnung. Ich hab die Assacinen mal zum Duell herausgefordert. Die hier hinter dir. Ah, sie hat angenommen. Ohne Heilung. Ohne Heilung. Ich mach' die platt, Junge. Das ist kein gültiges Ziel. Wege. Hm. Auseinander. Okay, Junge. Wir kämpfen uns jetzt hier ein bisschen durch. Äh, du wirst aber auch hier. Okay, jetzt komm mit, jetzt müssen wir zu einem Munin, da ist so. Warte, kann ich das nicht, die Sachen aus meinem Inventar anziehen? Warte mal kurz. Ähm. Aufstiege. Drück mal J wie Jude. Äh, gleich. Und da steht jetzt dann, äh, Kampagne und Quest. Na dann kurz, ich muss warten, bis es bei mir ladet. Und es geladet. Ich muss warten, bis es, bis die alte mich mein Inventar ladet. Ich lade. Ah, Penisse. Wie viel Geld hast du? Hm. 35.000. Ich hab 43.000. Aha. Komm, ladet. Aha. 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 Ach, das kannst du nicht, ja? Du bitch, du clemisch. Ah, ja. Ah, ja. Okay, endlich. Also, ich vergleiche das. J, und hier steht jetzt Kampagne, gell, oben, links. Warte kurz. Ich muss kurz mein Schild tauschen. Und du musst dann die Mission an, einfach. Oder egal, komm einfach mit. Dann muss ich noch kurz meine Schuhe wechseln. Und dann musst du noch kurz das Schild an die Schuhe verkaufen. Ja, okay, mach. Dann folge mir einfach. Dann muss ich noch kurz Fertigkeit. Dann folge mir. Dann folge mir. Das Schildkonto. Tja. Ja, Leute. Wie ihr seht, sind wir schon in Level 9 am Ball DBC. Hey, warte mal. Ich sollte ja eigentlich schon passiv ausweichen. Etre Volver. Okay, kommit. Gegenstand verkaufen. Das hier und das hier und dann. So. So, was soll ich jetzt machen? Komm mit, komm einfach mit. Langsam werde ich müde. Ah ja, wann gehen wir morgen, also wann machen wir morgen weiter? Ich weiß nicht. Wir könnten rein theoretisch noch eine Stunde zocken wegen dem Internet. Ja, aber ich lege mich jetzt beim Schlafen. Sagen wir so zwölf am Mittag, am sechs muss ich weg. Also um zwölf, da schlafe ich wahrscheinlich noch. Um eins? Da frühstüge ich wahrscheinlich. Zwei. Da gucke ich wahrscheinlich Fernsehen. Ja, ich würde zurückgebacken. Ich hätte gerade die ganze Zeit zurückgebacken. Ja, das passiert manchmal, wenn du, wo falsch gehst, dann wagt sich zurück. Was, ich musste hier kurz vor. Ja, das ist ja noch abgeben, schon klar. Okay, komm jetzt her. Ich bin hinter dir. Was, ich weiß, es ist sie zu laufen. Der Rheinstimmel. Bist du eigentlich schon einmal gestorben, ne? Oh, ne. Dank mir. Bist du mal hier gegen ein Level 7 nahe fighten, gegen diesen Rachegeister, gegen den hier, warte. Gegen den hier. Siehst du das, den 1, die 1? Ja. Kämpf mal gegen den. Sterbe ich wahrscheinlich so. Ja, sonst kann ich aber... Oh, du machst Schaden. Schön. Saubere Sache. Ja, besser. Viel besser. Hast du gesehen, du machst viel mehr Damage. Hm. Oh, was da alles drin ist. Gürtel des Angreifers. Soll ich das rausnehmen? Ja, nehmen. Ähm, Schatz, das Verstaubene, soll ich das auch rausnehmen? Ja. Mann, schneide ich mich so raus. Und schäbige Gespenster. Ja, nehmen. Da komm mit. Wir machen jetzt die Aufstieg-Quest. Wie weiter kriegt man? Die Götten kann ich hier anziehen, ja. Gut. Jo. Ich hab auch schon ein Götchen an. Als nächstes kriegst du Handschuhe und ab Level 11 kriegst du einen Helm und ab Level 15 kriegst du eine Schulter. Also so eine Schulter. Ich mag mal durch die, also gegen die habe ich ja, glaub ich schon. Ja. Ja, mit dem hier reden und Aufstieg, also die gelbe Mission nehmen. Dann wirst du teleportiert und immer mit der reden, die so einen orangenen, gelben Pfeil hat. Ich warte immer da. Und die jetzt mit dieser Urt reden. Und die jetzt mit dieser Urt reden. Mit welchen? Mit dieser Urt da. Okay. Und jetzt mit dieser hier reden, hinter dir. Okay. Ja, bei Melek dann einfach wieder alles. Und dann mit dieser Skullt reden. Ja. Und dann wirst du wieder zu diesem Monim teleportiert mit dem reden. Aufstieg. Hier sind die Karten. Was bringt das? Und dann zeigt mir die Zukunft. Und das wirst du gleich sehen. Also jetzt musst du da die Zukunft, also jetzt nochmal mit Red mit dem, mit der... Und hier musst du gleich kämpfen gegen solche Boss-Typen. Und dann kriegst du deine eigene Klasse. Du kannst jetzt dann auswählen zwischen einem Gladiator oder einem Templar. Templar ist eher auf Heal und Verteidigung und Gladi ist eher auf Angriff und Damage. Ich nehme auf... Ich gehe auf Angriff und Damage. Also was soll ich da dann nehmen? Also Gladiator. Gladi. Gladiator. Also du musst dann, äh... Also du gehst jetzt da rein. Also bist jetzt hier wieder bei dem, wo man fliegt, gell? Ja. Und da soll ich wieder gerade auslaufen? Ja, wieder gerade auslaufen, mit dir reden. Und dann kommst du zu einer Plattform hier. Da bleibst du dann stehen. Du musst gegen diese komischen Typen gehen. Oh. Oh. Okay, wenn du den getötet hast, kommt dieser Munin. Mit dem musst du reden. Aufstieg. Ich führe dir die Zukunft. Blablabla. Ich möchte ein Schütze werden. Ja, ich will den Vater schützen. Also bei dir steht einfach Gladiator. Unfair. Ich habe die gerade für den ersten Moment nicht gesehen. Ja, ich weiß, das ist voll kacke. Und dann musst du auch mal mit diesem Munin reden. Und ich bin bereit, es gibt. Blablabla. Also wenn du wieder hinlässt. Dann kommst du in die große Stadt und da wartest du auf mich. Und da musst du dann, äh, Shift und F12 drücken. Mein Gott. Du stirbst nicht. Ich weiß. Ich weiß. Aber du hast gerade den hässlichen Typ bekommen. Wie viel Leben der einfach nur hat. Ich habe den Schnellplug gehabt. Ja, du. Ja. Du, Alter. Du warst gut. Ja, okay. Jetzt wirst du... Jetzt kommt dieser Munin wieder. Mit dem musst du reden. Und dann, ich möchte den Pfad des Gladiatoren nehmen. Warte, hier kommt gerade so ein geiles Battle-Video. Ich würds, äh... Ja, ich würds über... 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 Übersprings einfach. Oh, die battlen da aber so geil. Ja, über... Komm, übersprings einfach. Ja, okay. Sprech mit Munin um... Wo ist die? Ah, ja. Ja, gut. Und jetzt... Ich beschreite den Pfad des Gladiatoren, also da, wo das Gespräch ist. Und dann, ja, ich möchte Gladiator sein. Dann bist du Gladiator. Also, soll ich klicken? In mir steht das Herz des Gladiators. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt bist du ein Gladiator. Glückwunsch. So, jetzt wirst du wieder daraus teleportiert. Jetzt laberst du mit dem nochmal. Mal. Ich muss dich noch mit dem labern. Ja, und dann sagen, ich bin bereit, ich möchte mich... Also, äh... Ein Führer welcher Art. Ja. Treff dich mit Heimdall. Ja, genau. Jetzt hast du da zu einer Stadt teleportiert und ich warte hier vorne. Mensch, wurde nicht teleportiert. Ja, du musst mit diesem Munin reden. Hast du mit Munin geredet? Wo ist der? Wo bist du grad? Da, wo wir gerade hochgelaufen sind, bei dem komischen Typen da. Ja, mit dem musst du nochmal labern. Ja. Habe ich auch gerade. Ja, laber nochmal mit dem und du musst dann... Ich bin bereit. Das zweite Klick, nicht das erste. Habe ich doch. Äh? Bist du dumm? So, ne, Entschuldigung. Bist du jetzt dann in der Stadt? Jaja, ich werde grad nicht teleportiert. Ja, okay, jetzt komm zu mir. Schnell mach, bevor dich der Zauberer hier sieht. Auf. Komm, folge mir. Okay, ist weg. Komm, folge mir, folge mir, folge mir. Jetzt laber mit dem Typen hier mit diesem Heimdall. Jaja, und die Stadt liegt übelst. Also, drück Shift, das ist ein... ...zweiten Pfeil und dann F12. Was soll ich? Shift und F12. Okay. Dann zieht die ganzen anderen weg. Dann ziehst du... Dann leckt es nicht so. Okay. Hast du mit ihm geredet, Film geschaut und fertig? Oder bespringen den Film jetzt einfach mal? Nein. Ah. Also, Leute, ich überspring den Film einfach, weil der so, ach, so langweilig ist. Okay, komm jetzt. Folge mir, schau. Jetzt rück mal zweimal hier, äh, zweimal hintereinander auf Leertaste, wenn du hier runter springst. Uh. Jetzt folge mir. Folge mir. Oder du musst einfach nur einmal, kannst du auch draufdrücken, wenn du fliegst und dann einfach einmal drauf nochmal. Einmal springen und einmal drauf. Ah ja, zweimal. Oh, es folge mir. Aber die... Bei dem Obelisken, den ich am Binden. Zu diesem Balder musst du jetzt gehen. Oh. Ich mag aber keinen Balder. Und dann zeige ich dir noch was ganz tolles, okay? Da kommt jetzt ein Video, kannst du überspringen. So, das sieht doch so geil aus. Ja, und du musst dann zu diesem Kriegermeister, da der gibt dir denn ne Waffe. Ja, aber ich hab's doch schon ne Waffe. Zu welchem Kriegermeister? Ah, hier. Wo schling der Bombe? Und welches Schwerzeug zu nehmen? Äh. Nimm das Große, äh, das. Äh, nimm diesen Speer, also. Die Stangenwaffe. Die Stangenwaffe. Sperres Karma. Ja, genau. Ey. Ja. Ja. Hast du's? Hast du's? Den ziehst du denn an? Mach wir mal ein Duell, ich hab jetzt was ganz geiles, aber. Ja, dann mach ich mich so so wieder dran. Nö, diesmal nicht, diesmal ist irgendwie gleich so. Ja. Warte kurz, ich muss das nicht so dran. Äh, du grinst grad hier einfach die ganze Zeit so gegen den Ecken. Ja. Jetzt nicht mehr. Ja. Meine alten Schmerzen kannst du dazu laden, damit ich die Schwert anziehen kann. Unsere Sache ist, wenn es das Schicksal anziehen kann. Du kannst es ja anziehen jetzt. Ich muss kurz warten, bis ich das Schwert aus meiner Hand. Bei mir bin ich ganz nackig. Du hast jetzt die Axt. Hm. Also die. Okay, warte. So, gut, jetzt können wir. Okay. Okay. Ich hab zwei Pistolen. Hm, leider seh ich deine Waffen nicht. Meine auch nicht. Ernsthaft? Ah, ja, jetzt, jetzt seh ich's. Alter, geile Waffen. Saubere Sache. Ich hab zwei Waffen, das ist einfach nur so geil. Okay, komm. Ruhe dich mal erst hier aus. Schämen wir mal ne Runde rum hier. Geil. Hör. Geil. Haben sie Kleingeld? Haben sie Kleingeld für zwei heimatlose. Vollpfosten? Hä? 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 ist nicht vorbei kann man es macht es macht jetzt noch schnell Lietjof Leggings nur Prozent bleibst du in dieser Stelle ist die Gänter die Flügel auf Leitungsraum nach einer g die 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 mit aber wenn ich jetzt noch anfangen zu liefern alleine dann überhol ich dich locker wenn ich ja wenn wir morgen anfangen will 20 oder so weil dann höre ich jetzt auch auf jawohl das macht grad so viel als würdest du es eigentlich noch machen also wir machen jetzt noch etwas ganz tolles und nicht das noch tolleres erstens hier mal mit der einen hier hinten reden die wo es so ein pinkes ding drauf hat so ein zeichen dir da kriegst du so eine waffe erwarte noch ich würde nicht da aufhören weil dann liegt es bei dir das ist ja auch gar nicht so schlimm ja komm machen wir noch schnell das dauert nicht 2 minuten dann nehmen die noch schnell an bitte immer noch ein bisschen auf youtube gucke während ich mein bett leg ja komm schon das dauert jetzt 2 minuten ja sonst komm mit dann gehen wir schnell zur stadt und dann fertig warte ja jungen deshalb so fetten bauch ich hab übel die komischen neuen attacken alter das ist ein zwerg mit einem fetten bauch was du hast ich weiß so ein gedau mit einem fetten bauch wo die wampe so richtig so aus sich so boing fette wampe ey so fett was was bringt dieser kampfschrei eigentlich äh da kriegst du ein schild für paar sekunden ok jetzt komm mit und diese schildabwehr ja das ist auch ein schild da komm jetzt ja dann kann ich ja die schildabwehr raus machen mach jetzt du Nudel Spaghetti Sieb ja komm hören wir auf ja gehen wir doch schnell in die Stadt und fertig also in die Stadt da wo wir da morgen weitermachen damit folgen wir einfach dann können wir dann aufhören und ich besorge ihm noch besseres Equip gleich für morgen weil da gibt's auch noch Rüstungen die man da kaufen kann tsch 9 Pollack Schäfer so klein da wie du rennt so Blablabla haben ja jetzt halb zwei und jetzt auf teleport und dann nach altkart bei diesem teleporter nach altkart teleportieren lassen und wo ist es ungefähr rechts das steht da eben auf der zeichen der altkart dahin teleportieren wie viel der dafür verdankt so ein Buch heute er kriegt bei mir eine Beschwerde erobtst du also okay so hat sie wie hier hier oben ist dann noch so ein penis und das wird der Rüstung das erkläre ich dir dann morgen oder wirst du noch jetzt schnell dass er kippt kaufen ich schluck mich jetzt hier ja und du kannst jetzt wenn du rechts neben der map ist denn jetzt die weißen die flügel weiske da kannst du das hier machen was wenn ich schau mal raus was muss ich dafür machen äh neben der das sind doch so zwei flügel solche graue flügel neben der map links das große ding mit dem kreis rundherum der nachricht ist eingetroffen das also ich schluck mich jetzt aus ja gut tschüss dann tschau bis morgen und ich sag auch mal das war's für die folge wieder heute und tschau bis zum nächsten mal aber im nächsten mal werdet ihr sehen dass ich besser kippt bin und ok dann tschau bis zum nächsten mal dann tschau bis zum nächsten mal Vielen Dank.